Weißt du nicht, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, uns mitgeteilt hat, dass derjenige, der für seine Geschwister, für seinen Bruder im Islam, seine Schwester im Islam Dua macht, in Abwesenheit, ohne dass dieser Bescheid weiß, ohne dass diese Person Bescheid weiß, dass ein Engel über seinem Kopf steht und sagt, Amin, und auch du sollst das bekommen. Der Engel macht ein Dua für dich, wenn du deine Geschwister nicht vergisst. Ich bitte euch alle, in Allahs Namen, das nicht zu vergessen, nicht zu vernachlässigen.